Es gibt Frauen, die tragen Spitzen-BHs und String-Tangas. Dinge, die einen Mann antörren sollen. Ich trage Baumwollschlüpfer. In einem String würde ich lächerlich aussehen. Maggie ist ziemlich freizügig. Okay, wie heißt du? Wie heißt du? Rose ist eher zugeknüpft. Au, was soll denn das werden? Ich will dich mal mit hochgesteckten Haaren sehen. Das tut weh. Es ist dir ein Schmerz wert. Such dir einen Job, Maggie. Es gibt jede Menge Berufe, die nichts mit Sex zu tun haben. Offensichtlich, sonst wärst du schon verhungert. Außer ihrer Schuhgröße. Meine Jimmy Choo's. Ist Rose da? Nope. Du bist meine Schwester. Du versaust aber auch alles. Ich will dich hier raushaben. Sofort. Wo bitte soll ich denn hin? Du musst das selbst lösen. Mrs. Lafkowitz, das ist meine Enkeltochter Maggie Feller. Hallo. Du lässt dich freistellen? Wieso? Weil ich mich in der Kanzlei nicht mehr wohlfühle. Alles okay? Wer ist Rose? Schon mal was von Privatsphäre gehört, Dora? Und das von einer Göre, die sich eine Briefmarke auf den Hintern klebt und das dann Badeanzug nennt. Ich dachte, sie lieben ihren Job. Ich hatte Angst, als wenn mir nur diese Sachen wichtig sind. Also was ist ihnen wirklich wichtig? Wie lange wird sich dein Urlaub hinziehen? Bin ich etwa nicht gut genug? Hey, geh. Du musst endlich erwachsen werden. Ich habe keine Ahnung, wo meine Schwester ist. Eine beste Freundin. Im Haus für betreutes Wohnen wird eine Aushilfe gesucht. Sind wir uns schon mal begegnet? Der Spruch ist ja wohl ein bisschen alt, finden Sie nicht? Das ist Ihr Sternzeichen. Manchmal sind die Menschen, die uns fremd erscheinen. Ich erwarte nicht von dir, dass du mir verzeihst. Aber es tut mir leid. Diejenigen, die uns wirklich nahe stehen. Ohne sie bin ich nicht vollständig. In den Schuhen meiner Schwester. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017